Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Gysi gegen Guttenberg, unseres Deutschland-Podcastes, wie Gregor das so gerne bezeichnet. Ich bin diese Woche unterwegs und deswegen wird es eine Premiere geben, nämlich, dass Gregor diesen Podcast alleine bestreiten wird. Ich weiß nicht, was Ihnen und mir blüht, er meinte nur, ich würde trotzdem ausreichend zu Wort kommen, denn wie das ihm gelingen soll, ist mir relativ unbegreiflich, aber ich glaube, Sie können sich auf eine sehr, sehr unterhaltsame und fröhliche Folge einstellen. Bleiben Sie bitte dran und ich übergebe an Gregor. Dann stand ich immer am Tor, weil ich zu faul war, die ganze Zeit hin und her zu rennen, das war mir zu anstrengend, das muss man ja als Torwart nicht. Das Problem war nur, ich hatte Schwierigkeiten, an die Latte zu kommen. Das hängt nun wieder mit meiner Länge zusammen, weil ich exakt 1,64,5 Zentimeter morgens nach dem Aufstehen lang bin. Abends natürlich nicht, da ist der halbe Zentimeter weg, aber morgens. Ja, es gab drei besondere Sportereignisse, die ich nie vergessen werde. Das erste war bei der Olympiade in Mexiko, Bob Beeman. Der sprang 8,90 Meter. Nun war Höhenluft, dadurch war er sozusagen scheinbar etwas leichter. Er hatte das Brett exakt getroffen und er hatte gerade den zulässigen Rückenwind. Also alles kombiniert ermöglichte diesen fantastischen Sprung von 8,90 Meter. Ein Weltrekord, der über 30 Jahre gehalten hat, bis dann mal einer weitergesprungen ist. Und den sehe ich zu gerne heute noch im Fernsehen, weil der seine Füße immer so schnell hin und her bewegt und der kommt gar nicht runter. Und ich bitte Sie wirklich mal, messen Sie mal 8,90 Meter aus. Dann laufen Sie die Strecke lang und dann erklären Sie mir mal, wie man mit einem Sprung das überwinden kann. Also ich habe das nie begriffen. Liebe Nutzerinnen und Nutzer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Gysi gegen Guttenberg hat eine gewisse Besonderheit, dass Herr Guttenberg nämlich nicht da ist. Das heißt, ich mache das alleine. Das aber bedeutet, dass nicht nur ich etwas erzähle, sondern ich antworte auch für ihn, um dann wiederum etwas entgegnen zu können. Das ist deshalb besonders praktisch, weil ich ja entscheide, was er antwortet, sodass ich dann immer hoffe, dass es mir besonders gut gelingt, dem Ganzen zu begegnen. Vielleicht gewöhne ich mich so daran, dass wir das öfter machen. Mal sehen. Auf jeden Fall, heute ist er nicht da. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich hätte ihn jetzt gefragt, was er für ein besonderes Erlebnis hatte, dann hätte er mir irgendwas aus den USA erzählt. Ich spreche mal besser nicht über die Europawahlen. Das war kein besonderes, sondern eher ein trauriges Erlebnis. Und fange mal mit dem heutigen Thema an. Nämlich, wir wollten uns mal über Sport unterhalten. Und zwar, welchen wir geliebt haben, welchen wir abgelehnt haben, welchen wir betrieben haben, welche Sportereignisse uns bewegt haben. Und da hätte ich jetzt den Freiherrn von und zu Guttenberg als erstes gefragt, wie denn sein Verhältnis zum Fußball ist. Also der ja für Männer zumindest wichtigsten deutschen Sportart. Und dann hätte er geantwortet und hätte gesagt, dass er als Kind sieben Jahre Fußball gespielt hat. Und seine Mannschaft in Guttenberg ist erst aufgestiegen, nachdem er ausgeschieden ist. Das, finde ich, besagt doch eine Menge. Ich kann aber gar nicht wirklich dagegenhalten, weil ich nur, wenn ich musste, in der Schule mal Fußball gespielt habe. Und dann stand ich immer am Tor, weil ich zu faul war, die ganze Zeit hin und her zu rennen. Das war mir zu anstrengend. Das muss man ja als Torwart nicht. Das Problem war nur, ich hatte Schwierigkeiten, an die Latte zu kommen. Das hängt nur wieder mit meiner Länge zusammen, weil ich exakt 1,64,5 Zentimeter morgens nach dem Aufstehen lang bin. Abends natürlich nicht, da ist der halbe Zentimeter weg, aber morgens. Und deshalb sind meine Fußballerfahrungen gering. Dann hätte ich ihn aber gefragt, was er darüber hinaus noch gemacht hat und warum überhaupt Sport wichtig ist. Und da hätten wir wahrscheinlich in gemeinsamer Diskussion zunächst festgestellt, dass Sport diszipliniert, dass man Teamgeist zumindest bei vielen Sportarten entwickeln muss. Dass es wichtig ist, Regeln zu beherrschen, aber auch Fair Play walten zu lassen. Und dass man auch vor Gegnerinnen und Gegnern Respekt haben muss. Auch die Sozialkompetenz wird übrigens im Sport gefördert. Ich hätte natürlich, aber da wären wir einer Meinung gewesen, Karl Theodor und ich. Ich hätte dann allerdings noch etwas ergänzt, dass ich mir Chancengleichheit im Sport wünsche. Und dann hätte ich kritisiert, dass ich mir schwer eine Bürgergeldempfängerin beim Dressurreiten vorstellen kann. Das ist kein Zufall, dass da der Adel sitzt. Und dann hätte ich ihn gefragt, ob er dann auch entsprechend seiner adeligen Herkunft diese Sportarten betrieben hat. Ja, und da hat er mir geantwortet, dass er tatsächlich sowohl Springreiten als auch Militärreiten gemacht hat. Und dass das auch ganz gut ging bei ihm. Und ich bin natürlich auch geritten in meinem Leben, aber nie Springreiten, geschweige denn Militärre. Sowas kam alles nicht in Frage, als Sport sowieso nicht. Nur mal gelegentlich in einem Ort bei Berlin oder dann später auch mal im Urlaub oder so. Und damit hatten sich meine Reiterlebnisse im Wesentlichen erledigt. Ich sehe es allerdings gerne, wobei ich zugebe, dass ich das Springreiten etwas lieber sehe als das Dressurreiten. Und werde gleich noch eine Besonderheit erzählen. Aber zunächst zurück zu Karl Theodor. Da hätte ich ihn gefragt, wann er das letzte Mal geritten ist. Und dann hätte er mir erzählt und geantwortet und hätte gesagt, ja, Herr Gysi, das war in den USA. Und als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus in New York und hatte nicht mitgekriegt, wie und wobei ich gestürzt bin. Und dann hat meine Familie gesagt, also nur noch Dressurreiten, nichts mehr mit Springreiten und Militärre oder gar nicht mehr reiten. Und seitdem hat er ganz und gar aufgehört. Und was vielleicht in Anbetracht seines Alters, das natürlich weit unter meinem Alter liegt, trotzdem berechtigt ist. Und dann hätte ich ihm erzählt, dass ich mal zusammen war mit dem mehrfachen Olympiasieger Winkler im Reitsporten. Hat der, glaube ich, fünf Goldmedaillen oder so gewonnen. Viele. Und der erzählte mir, mit Ausnahme seines letzten Pferdes, kamen alle Pferde aus der DDR. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also diese hervorragenden Springpferde etc. Und die kosteten immer so 100.000 D-Mark, also eine Deviseneinnahmequelle für die DDR. Er meinte, na, man hätte auch noch ein bisschen mehr nehmen können. Und dann habe ich mich gewundert. Und ich will Ihnen noch sagen, worüber. Die DDR war ja im Sport immer ehrgeizig. Das war ja für sie auch ein politisches Ereignis, dass wir immer mehr Medaillen hatten als die Bundesrepublik Deutschland. Und zum Abschluss der Olympischen Sommerspiele findet immer das Springreiten der Mannschaft statt. Und das nennt sich dann Preis der Nation. Und da wurde Olympiasieger häufig die Bundesrepublik Deutschland oder auch mal ein anderes Land. Dann bekam die Bundesrepublik Deutschland die Silbermedaille. Und wenn wir die guten Pferde hatten in der DDR, mit denen die Reiter dort geritten sind zu einem großen Teil, verstehe ich nicht, warum sie nicht eigene Reiter sich haben qualifizieren lassen, um gerade bei diesem Schlussteil dann vielleicht noch die Bundesrepublik Deutschland zu besiegen. Und da habe ich mir gedacht, erstens werden sie es nicht gemacht haben, weil das für sie so ein ausgesprochen bürgerlicher Sport war, also kein Arbeitersport. Und zweitens, weil sie auf die Deviseneinnahmen nicht verzichten wollten. Denn dann hätten sie ja 20 Pferde nicht verkaufen können, mindestens 20, vielleicht eher 25, dann hätten die in der DDR behalten müssen. Und dann ist mir wieder etwas aufgefallen, dass im Dressurreiten komischerweise die Sowjetunion immer zugegen war. Die Frau, die da Dressurreiten machte, gewann auch mal die Silbermedaille. Vorher Neckermann aus der Bundesrepublik der Bronze gewann. Gold ging auch an die Bundesrepublik, soweit ich mich entsinne. Also ich kann nur sagen, die Sowjetunion hatte die Hemmung der DDR in Bezug auf den Reitsport nicht. moderner Fünfkampf betreiten, das wurde auch in der DDR betrieben, eine Weile lang. Aber ich wollte es nur mal so erzählen, was es so für komische Momente gibt, wo Sport und Politik miteinander zu tun haben. Auf jeden Fall hätte ich jetzt KT gefragt, ob es denn Sportereignisse gegeben hat, die ihm wirklich imponiert haben oder unter denen er gelitten hat. Und da hat er gesagt, es gab ein Fußballspiel bei der Europameisterschaft und Österreich besiegte Deutschland. Das war, als er sieben Jahre alt war, 1978. Und obwohl seine Mutter Österreicherin war, hat er darunter gelitten über Jahre. Und da habe ich mir gesagt, das ist nun wieder auch nicht gesund, man muss das ja verkraften. Und dann hätte er mich gefragt, ob es denn solche Ereignisse auch in meinem Leben gegeben hätte. Und dann hätte ich ihm gesagt, ja, es gab drei besondere Sportereignisse, die ich nie vergessen werde. Das erste war bei der Olympiade in Mexiko, Bob Beeman. Der sprang 8,90 Meter. Nun war Höhenluft, dadurch war er sozusagen scheinbar etwas leichter. Er hatte das Brett exakt getroffen und er hatte gerade den zulässigen Rückenwind. Also alles kombiniert ermöglichte diesen fantastischen Sprung von 8,90 Meter. Ein Weltrekord, der über 30 Jahre gehalten hat, bis dann mal einer weitergesprungen ist. Und den sehe ich zu gerne heute noch im Fernsehen, weil er seine Füße immer so schnell hin und her bewegt. Und der kommt gar nicht runter. Und ich bitte Sie wirklich mal, messen Sie mal 8,90 Meter aus. Dann laufen Sie die Strecke lang und dann erklären Sie mir mal, wie man mit einem Sprung das überwinden kann. Also ich habe das nie begriffen. Und dann habe ich mal Heike Drechsler gefragt, warum denn dieses blöde Brett sein muss. Kann man nicht eine Fläche machen, sagen wir mal so von einem Quadratmeter? Und da tritt man auf und springt los, egal wo. Und dann misst man genau ab dieser Stelle bis zur Landung. Dann hat man doch exakt die Weite. Ja, und dann sagt sie, nee, jede Disziplin muss auch eine technische Seite haben. Das heißt, du musst ja nicht nur weit springen, sondern du musst auch dieses blöde Brett möglichst richtig treffen. Und ja, ich finde, das andere wäre meines Erachtens gerechter und vielleicht sogar fairer. Aber es ist nun mal halt, wie es ist. Und vielleicht muss man wirklich immer so eine technische Seite mit einbauen. Das zweite Erlebnis, das ich hatte, war die Olympiade in München. Also ich selbst natürlich nicht. Ich durfte ja nicht hin, aber am Fernseher. Das gilt auch für Mexiko, war natürlich auch nur am Fernseher. Und das war ein Spiel, Basketball, zwischen der Sowjetunion und den USA. Und das waren zwei gleichwertige Mannschaften. Also mal führte die eine mit einem Punkt Vorsprung beim Basketball, dann wieder die andere. Das ging immer hin und her. Und dann kam die Schlusssirene und die USA hatten mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Und dann gab es einen Einspruch der Trainer der sowjetischen Mannschaft, dass sie das Handtuch gezeigt hätten, was ihnen ein Recht auf eine Pause gegeben hätte. Und die Schiedsrichter haben das nicht gesehen und die Pause nicht gewährt. Daraufhin tagte die Jury und entschied eine Sekunde Spielverlängerung. Eine Sekunde. Und da stand der sowjetische Spieler an dem Korb der USA, oder umgekehrt, ja an dem eigenen Korb natürlich, und warf den Ball über das Feld und ein anderer sowjetischer Spieler ran. Und das Ding war im Netz, also im Kasten. Und die Sowjetunion war Olympiasieger. Und die USA waren so beleidigt, dass sie nicht zur Siegerehrung gekommen sind. Die SEMA-Medaille wollten sie nicht sehen. Aber ich habe an den Nerven gestaunt. Wenn ich da gestanden hätte, ich hätte in die falsche Richtung geworfen von Nervosität. Ich weiß gar nicht, wie man so, sagen wir mal, eiskalt sein kann und seine Nerven so beherrschen kann, dass man in der Sekunde wirklich eine Sekunde derart ausnutzen kann. Und dann kommt mein drittes Erlebnis. Wieder am Fernseher. Das war die Weltmeisterschaft im Eishockey in Prag im Jahre 1969. Dazu muss man wissen, dass die Sowjetunion und andere 1968 in die CSSR einmarschiert sind, um das Dubček-Reformregime zu beseitigen. Und nun spielten die Sowjetunion gegen die Tschechoslowakei. Diese beiden Mannschaften gehörten immer zu den besten Vieren, die es damals gab. Das war die Sowjetunion, Tschechoslowakei, Kanada und Schweden. Aber nun das Spiel gegeneinander. Und da habe ich etwas erlebt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Nicht, dass die sich auf dem Eis geprügelt haben, das sieht man ja häufig, sondern dass alle anderen Spieler über die Bande sprangen und mithauten. Das heißt, beide Mannschaften hauten aufeinander ein. Da kam so die ganze Wut der tschechoslowakischen Spieler zum Ausdruck. Auf der anderen Seite, die sowjetischen Spieler hatten ja nicht den Einmarsch beschlossen. Die hatten ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem, irgendwie musste sich ja diese Wut entladen. Und die prügelten sich. Und die beiden Schiedsrichter waren völlig überfordert. Die bekamen das alles kaum auseinander. Und die Halle tobte natürlich. Da war was los. Und dann haben sie das nach zehn Minuten irgendwie wieder halbwegs in Ordnung gemacht. Übrigens, der Sportjournalist der DDR, der war auch witzig, der sagte immer, ich hoffe, es kommt hier bald wieder zur Fairness und so. Ja, aber seine Wünsche wurden nicht gehört. Die Prügelei ging ewig weiter. Und dann machten die eine kluge psychologische Entscheidung. Sie hätten das Spiel abbrechen können. Und zwar, wenn sie alle bestrafen, sodass nicht mehr drei Spieler und kein Torwart mehr auf der Eisfläche ist, dann ist das Spiel abgebrochen. Aber dann hätte die Halle gebrannt. Und schlau wie sie waren, haben alle zehn Minuten Strafe bekommen. Die sitzen ja dann immer so niedlich gestützt auf ihren Stöckern. Und nur drei Spieler von beiden Mannschaften wurden noch zugelassen und je ein Torwart. Ob die wirklich nicht gehauen haben, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Aber psychologisch war das eine kluge Entscheidung der beiden Schiedsrichter. Und dann gewann die Tschechoslowakei. Und anschließend Demonstrationen im ganzen Land. Also an diesem Tag waren sie die Sieger. Hier hat man eine Verquickung wirklich von Sport und Politik erlebt, wie man sie selten erlebt. Und das konnte man dann natürlich auch im Fernsehen sehen etc. Ja, das sind die drei Sporterlebnisse, die ich nie vergessen werde. Jetzt hätte ich KT gefragt, ich hätte ein bisschen lange geredet an der Stelle, hätte ich mich dafür entschuldigt und dann hätte ich ihn gefragt, ob er denn mal irgendeinen Kampfsport gemacht hat. Und dann hätte er mir erzählt, dass er von seinem Bruder mal stark verprügelt wurde und der hatte Karate. Und er nutzte seine ganze Karatekenntnis gegen ihn. Und daraufhin hat er beschlossen, auch einen Kampfsport zu betreiben, und zwar Judo. Und da hat er den weißen Gürtel geschafft, dann den gelben Gürtel geschafft, dann hatte er auch den orangenen Gürtel und dann tatsächlich den grünen Gürtel. Und da hätte ich mich dann wahrscheinlich kaputt gelacht, weil ich in der Jugend genau den gleichen Sport betrieben habe, nämlich Judo. Und ich habe auch den weißen Gürtel geschafft, den gelben Gürtel geschafft, den orangenen Gürtel geschafft und den grünen. Und dann war Schluss, wie bei ihm. Das heißt, bei aller Verschiedenheit, also ich sage mal Militäre reiten und Springreiten usw., beim Judo haben wir uns wieder gefunden mit absolut der gleichen Entwicklung. Was natürlich auch, sage ich mal, ein seltenes Ereignis ist. Und darüber hätten wir uns dann beide gefreut und ausgetauscht. Und dann nehme ich an, hätte er mir erzählt, wie heldenhaft er Kämpfe geführt hat und natürlich auch gewonnen hat usw. Und ich hätte dann wieder einen Fall erzählt, es gibt ja beim Judo auch die Würge. Und mein Gegner würgte mich mit der Jacke. Und der Schiedsrichter dachte, sie ist ohne Wirkung. Und sagte, breck, das heißt, er unterbrach den Kampf. Und der stand auf, nur ich blieb so sitzen, ich war schon bewusstlos. Und ich war einmal so bewusstlos wie damals und werde nie vergessen, dass ich dachte, dass ich an der Adria bin, an einem wunderschönen Strand. Und ich war nie an der Adria, also wie ich darauf gekommen bin, weiß ich auch nicht. Und plötzlich bekam ich zwei Ohrfeigen und stand auf so einer blöden Matte. In Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu. Und dann bin ich irgendwie getaumelt gegen den anderen, der fiel hin. Ich nahm ihn an den Festhalte und habe den Kampf gewonnen. Das war ungerecht, denn seine Würge war ja erfolgreich. Nur der Schiedsrichter hatte das nicht mitbekommen. Eigentlich hätte er da schon den Kampf gewinnen müssen. Darüber hat er sich auch geärgert, aber ich habe es nicht bestritten. Ich habe ihm gesagt, ja, eigentlich hättest du das gewinnen müssen, aber nun habe ich es mal gewonnen. Aber ich habe natürlich auch Kämpfe verloren. Was ich gelernt habe beim Judo, was wichtig ist, deshalb würde ich jungen Leuten durchaus raten, das zu machen, ist, man fällt anders. Also man lernt, anders zu fallen. Die meisten Menschen, die hinfallen, stützen sich mit dem Arm ab, also mit der Hand ab und haben oft dann gebrochene Arme. Und beim Judo lernt man, den Arm wegzunehmen und abzurollen, über die Schulter abzurollen. Und dann verletzt man sich in aller Regel nicht. Das finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Was ich übrigens gerne im Fernsehen sehe, da hätte ich dann Karl Theodor gefragt, ob er das auch gerne sieht, das hat er wahrscheinlich bestritten. Ich sehe gerne, wie heißen denn die ganz dicken japanischen Männer? Suomi oder so. Und ich weiß nur, dass die sich immer schieben und dann, wenn einer den anderen irgendwie von der Matte geschoben hat, dann hat er gewonnen, richtig verstanden habe ich das nicht. Und dann liebe ich, wenn so ein Mann mit einem Schenkel wie mein ganzer Oberkörper da sieht, Aua, 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 sagt man, dass sich irgendein Muskel gezerrt hat. Also das finde ich eigentlich witzig, diese Sportart. Das muss ich zugeben. Dann gibt es bei mir eine Besonderheit. Da hätte ich K.T. gefragt, wie das bei ihm ist. Und wahrscheinlich hätte er gesagt, ja, das ist bei mir auch so. Bei der Olympiade interessiere ich mich für jede Sportart. Komischerweise. Also selbst fürs Bogenschießen oder so, wo man ja sonst nicht hingehen würde. Aber da finde ich das immer spannend. Die Länder treffen aufeinander. Dieser ganze Wettbewerb ist fantastisch. Allerdings sind wir inzwischen, und darüber hätten wir dann auch diskutieren müssen, die Spiele zu kommerzialisiert. Und dann hätte Karl Theodor mir erklärt, warum. Dass eben im Profisport, wenn wir mal an Fußball und Boxen und sowas denken, sehr viel verdient wird. Und dass das dann auch Folgen immer hat für die anderen Sportarten. Mir tun nur die Sportlerinnen und Sportler leid, die eben mit ihrem Sport kaum was verdienen können, während andere eben damit wirklich reich werden. Also gerecht ist das nicht. Und Begabungen sind nun mal unterschiedlich verteilt. Aber das liegt natürlich auch an uns Zuschauerinnen und Zuschauern, weil wir uns eben für bestimmte Sportarten besonders interessieren und für andere wieder wenig. Also ich vermute mal, Karl Theodor hätte das Kommerzielle nicht wirklich verteidigt, aber sozusagen versucht zu erklären und damit die Kritik daran eingeschränkt. Während ich eben meine, wir müssten bei der Olympiade das Kommerzielle wegkriegen, damit es wirklich wieder olympische Spiele wären. Dann hätten wir uns, glaube ich, noch darüber unterhalten, was wir heute für einen Sport treiben. Und dann hätte ich ihn gefragt und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, dass er Gymnastik betreibt und Krafttraining. Und ich finde, die Gymnastik sieht man ihm an. Das Krafttraining noch nicht, aber das kann ja nochmal Wirkung zeigen. Und er macht das täglich eine Stunde. Das ist fantastisch. Und dazu habe ich leider nicht die Zeit. Ich übe ja zurzeit fünf Berufe aus. Ich bin Berufspolitiker, Rechtsanwalt, Moderator, Podcaster hier und außerdem noch Autor. Das schaffe ich nicht. Aber wenn ich es schaffe, gibt es verschiedene Sportarten, die ich ausübe. Und daher habe ich gehofft oder hätte ich gehofft, dass er dann doch etwas erstaunt gewesen wäre. Also was mache ich gerne? Ich wandere inzwischen gerne. Übrigens durch einen Kraftfahrer von mir. Früher fand ich Wandern langweilig. Und der hat mir erzählt, wie man dabei die Natur beobachten kann und dass ich mit falschen Klamotten und falschen Schuhen wandere, dass man das alles haben muss und so. Die hat mir das beigebracht. Und seitdem wandere ich gern, wenn ich die Zeit dazu habe. Das ist meistens nur im Urlaub, aber immerhin. Das Zweite, was ich gerne mache, ist Skifahren. Aber das ist nur eine Woche im Jahr. Da fahre ich immer in den Skiurlaub. Und zwar nicht Langlauf. Ich fahre Abfahrten. Und zwar die blauen, die roten und die schwarzen. Und dann, wenn ich die Zeit habe, spiele ich ganz gerne Tischtennis. Und gar nicht so schlecht. Und was ich häufig mache, ist Schwimmen. Das macht mir richtig Spaß. Also auch im kalten Wasser. Das kälteste Wasser, bei dem ich je drin war, hatte 9 Grad. Oh, da war ich aber schnell wieder draußen, muss ich sagen. Aber es war trotzdem ganz aufregend. Und dann fahre ich gerne Rad. Aber hier muss ich etwas zugeben. E-Bike. Also ein bisschen helfen würde ich mir schon lassen von einem Motor, wenn es bergauf geht oder so. Sonst ist es mir zu anstrengend. Und ich glaube, dass er da disziplinierter ist als ich. Also Karl Theodor hätte davon geschwärmt, wie er jeden Tag eine Stunde Gymnastik und Kraftsport macht. Und die lässt er sich auch nicht nehmen. Und das verstehe ich. Der fühlt sich dann hinterher wohler. Dann duscht man. Dann fängt so ein Tag ganz anders an. Und wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich zum Beispiel im Urlaub, mache ich immer vor dem Frühstück, schwimme ich. Und gelegentlich fahre ich auch Rad und dann erst frühstücken und so beginnt der Tag anders. Na, so hätten wir uns hin und her ausgetauscht. Und dabei wäre herausgekommen, dass er ja wirklich, das muss ich mal sagen, sehr angenehm schlank ist. Er hat wirklich eine Figur, die ist schon beachtlich. Und das kann ich auch als Mann beurteilen, weil ja immer ein leichter Neid entsteht, wenn man andere sieht, die durch Training das erreichen. Nun geht es bei mir, weil in der Corona-Zeit habe ich abgenommen und das halte ich seitdem. In der Corona-Zeit haben die meisten zugenommen. Ich habe abgenommen, weil ich mich darauf konzentrieren konnte. So, dann hätten wir uns ein bisschen über Corona ausgetauscht, dann festgestellt, dass das mit dem Sportthema nichts zu tun hätte. Dann hätte ich ihn gefragt, ob es neben diesem schrecklichen Ereignis, als Österreich, Deutschland und Fußball schlug, noch ein anderes gab. Und dann hätte er mir erzählt, dass ihn interessierten Ulrich und Armstrong. Und die haben ihn fasziniert. Und da sie beide gedopt haben, hat ihn das auch wieder entsetzt. Und dann wären wir beim Doping-Thema gewesen. Und dann hätte er gesagt, dass er in der DDR systematisch gedopt worden ist, was ja auch stimmt. Und dann hätte ich ihm geantwortet, dass plötzlich die Vorwürfe leiser wurden, als sich herausstellte, dass im Bundesinnenministerium massenhaft Unterlagen über Doping in der Bundesrepublik gelegen haben. Was sie auch gewusst haben, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Also wenn man gedacht hat, in der DDR staatlich strukturiert, in der Bundesrepublik waren es nur Einzelne, die eben irgendeine Grenze überschritten haben. Das stimmte nun auch nicht. Das lag natürlich an dem Systemwettbewerb. Jeder wollte ja beweisen, dass sein System besser ist. Und ich finde den Kampf gegen Doping wichtig, weil Doping ja wirklich das Leben oder die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler gefährden kann. Und dann hätten wir uns noch darüber unterhalten, wie das eigentlich ist, ob Leistungssportler besonders alt wären. Also es gibt Ausnahmen, zum Beispiel in der DDR, Gustav Adolf Schur, genannt Thewe, ein fantastischer Radfahrer, der ist über 90 und fühlt sich wohl. Aber es gibt viele Leistungssportler, die auch jünger sterben. Und ich glaube, Leistungssport, dafür kann man sich entscheiden. Aber man muss wissen, dass man seinen Körper auch partiell überfordert. Und dass das irgendwann mal Spuren hinterlässt. Wenn man allerdings gar keinen Sport macht, das ist natürlich auch wieder eine Katastrophe. Und junge Leute glauben oft, dass sie es nicht benötigen. Alten haben dann begriffen, dass sie es benötigt hätten. Dann ist es aber oft zu spät. Dann kommen sie nicht mehr rein. Also so ein bisschen regelmäßig sich bewegen, das sollte man schon tun. Es ist ein bisschen anstrengend. So, und dann hätten wir uns darüber unterhalten, was wir nicht gerne machen. Und da hätte er wahrscheinlich gesagt, also Boxsport und sowas lehnt er ab. Dann hätte ich gesagt, ich bin nie auf die Idee gekommen, Boxsport zu machen. Weil ich glaube, dass am Kopf auch Schäden entstehen können, wenn man so viele Schläge darauf bekommt. Wie übrigens auch durch viele Kopfbälle beim Fußball gelegentlich Schäden entstehen. Also den Kopf sollte man etwas schützen. Dann hätte er mich gefragt, wie ich Fußball gespielt habe. Da habe ich ja schon erzählt. Nicht besonders erfolgreich. Und dann hätte ich gesagt, es gibt eine Sportart, die ich für mich ablehne. Das ist die ganze Rennerei. Also das kann ich nicht. Also 100 Meter geht ja noch. Aber 200 Meter ist schon schlimm. Aber 400, das ist ja furchtbar. Oder 1.500 oder 3.000 oder 5.000 oder 10.000. Och, oder Marathon. Also ich bewundere die alle. Aber dazu, nee, habe ich nicht die Kraft und die Ausdauer. Dann hätte er mir erklärt, wie man Ausdauer trainieren kann. Wie man sich darauf einstellt, wie man sowas machen kann. Also er hätte das natürlich ein bisschen oberschlau erklärt. Sodass ich dann so leicht beleidigt in der Ecke gesessen hätte. Aber dann hätte ich ihm wiederum erzählt, dass ich jetzt eben, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Sportarten betreibe. Also Skilaufen, Tischtennis spielen, Wandern, Schwimmen und Radfahren. Und er ja nur zwei. Nämlich Gymnastik und Kraftsport. Und dass das zu wenig ist. Und dann hätten wir uns noch zum Schluss unterhalten über unsere Noten im Sportunterricht. Und dann hätte er gesagt, dass er nicht mehr genau weiß bei seinem Abitur, ob er eine Eins oder eine Zwei bekommen hat. Während ich genau weiß, dass ich eine Zwei bekommen habe. Aber in der DDR war das Abitur im Sport wirklich streng und umfassend. Wir mussten einmal schwimmen und dann, also wir mussten in einer bestimmten Zeit Brustschwimmen machen. Dann mussten wir noch eine bestimmte Strecke in einer anderen Schwimmart machen. Also konnte man Rückenschwimmen machen oder konnte eben auch Freistil machen oder vermeiden. Deswegen auch Schmetterling etc. Dann musste man entweder einen Kopfsprung machen vom Drei-Meter-Brett oder einen Stehsprung vom Fünf-Meter-Brett. Ich habe mich sofort für das Fünf-Meter-Brett entschieden, weil ein Stehsprung ist unproblematisch. Beim Kopfsprung habe ich immer Angst, auf dem Bauch zu landen. Das tut dann sehr weh. Also im Schwimmen bekam ich eine Eins. Dann Leichtathletik. Oh je, das war nun nicht meine Welt. Komischerweise, obwohl ich so kurz geraten bin, war ich im Hochsprung gar nicht so schlecht. Aber Weitspringen, Kugelstoßen und die ganzen Rennereien. Nee, also da bekam ich eine Drei. Dann hatten wir Geräteturnen. Das war auch spannend. Da hatten wir das Reck, den Warn, den Kastensprung und Bodenturnen. Und da hätte ich ein bisschen angegeben, weil ich der Einzige in meiner Schule war, der eine Rolle rückwärts in den Hand standen konnte. Auch zum Abitur. Aber das Reck war furchtbar. Und da hätte ich ihn nach dem Reck gefragt und dann hätte er mir gesagt, dass das Reck für ihn genauso furchtbar war. So wie wir uns beim Jude getroffen hätten, hätten wir uns auch wieder beim Reck getroffen. Weil wir haben schon mal darüber gesprochen und er hat mir gesagt, ja, diese blöde Stange und es tut alles weh. Und so, genau so ging es mir auch. Baren ging wieder, Kastensprung ging auch und da bekam ich eine Zwei. Dann hatten wir den Zehner-Test. Sowas kannte man, glaube ich, in der Bundesrepublik nicht. Das war auch leicht militärisch. Also das waren Liegestütze, das war an Stangen hochklettern, das war an Seilen hochklettern, lauter solche Sachen. Da bekam ich auch eine Eins. Aber dann hatten wir noch Spiel. Und an meiner Schule, das war an den Schulen unterschiedlich, war es Handball. Wieder stand ich im Tor, aus Gründen der Faulheit, weil ich ja nicht hin und her rennen wollte. Bloß die Bälle kommen dort so schnell, dass ich also kaum einen halten konnte. Und da bekam ich eine Drei. Das alles zusammen führte zur Zwei. Das hätte ich ihm erzählt. Und dann hätte er mir gesagt, dass sie nicht so viele verschiedene Sportarten hatten, sondern dass das so im Laufe eines Jahres sich seine Zensur entwickelt hat. Und weil er eigentlich gut war, denkt er, es war eine Eins. Es könnte aber auch eine Zwei gewesen sein. Und dann hätte ich ihn animiert, dass er vor unserem nächsten Gespräch seinen Bruder bittet, die Urkunde, die Abitururkunde von ihm rauszusuchen und nachzuschauen, ob es nur eine Eins oder eine Zwei war. Das müsste doch aufzuklären sein, oder? Und dann hätten wir beide wahrscheinlich gelacht und uns irgendwann und irgendwie verabschiedet. Also so viel will ich sagen. Sport hat gelegentlich auch mit Politik zu tun. Das ist meistens für den Sport nicht gut. Doping ist für den Sport auch nicht gut. Und ich finde zumindest, andere dürfen das anders sehen, man sollte es auch nicht übertreiben. Aber auch nicht untertreiben. Ein bisschen fordern muss man seinen Körper. Und ich glaube, da hätte KT gesagt, das sieht er ähnlich. Und dann hätten wir uns wie immer in Freundschaft verabschiedet. Aber dann hätte ich Ihnen gesagt, was wichtig ist, wie Sie uns nämlich erreichen können. Also Sie sich beschweren können oder sagen, Sie fanden das Gespräch ganz witzig. Oder wie auch immer, am besten über Google, gggg at openminds.media. Und dann hätte ich Ihnen gesagt, dass Sie uns auch live erleben können. Dann aber beide, nicht nur einen. Also Giese gegen Guttenberg. Und da gehen wir wieder auf die Bühnen. Und zwar am 28. Juni in Berlin im Admiralspalast. Am 5. Juli in Hannover im Theater im Egi. Und am 4. September in Dienstlaken im Burgtheater. Und der Vorverkauf findet wie immer an allen Vorverkaufsstellen statt. Und außerdem kann man auch mit Link zu den Ticketshops gehen oder in die Shownotes und dort ebenfalls Karten erwerben. Ich weiß bei letzteren zwar nicht, wie man das macht. Aber ich gehe immer davon aus, dass Sie das können. Und wünsche Ihnen, dass Sie angemessen jeden Tag Ihren Körper ein bisschen bewegen. Tschüss. Giese gegen Guttenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017